So, da sind wir wieder mit Need for Speed Payback. Ja, Pay. So, bevor wir hier die Renn fahren, können wir uns mal die Kiste hier... Ups, Alter, wer hätte das jetzt gedacht? Ja, du verfolgst gar nichts mehr. An alle Einheiten, Adam 1-30 wird eine Cone-Reichverfolge besucht. Er bitte melden. Alles klar. Wie macht man hier Fliege? Adam 1-35, haben Sie ein Positionsabgibt für mich? Gefällt es dir? Ich habe den Fond und Führung ergriffen. Okay, verstanden, Adam 5-35. Lächerlich. 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 Lächerlich, sag ich dazu nur. Alter, was soll denn die Scheiße jetzt hier? Alter, was ist das denn für eine Behindertenpolizei-Action? Was für erwischt? Ah, nein. Was für erwischt, Alter! Fickt euch, ihr Huren-Söhne, Alter! Was für erwischt? Junge, ich bin rückwärts gefahren. Ich stand nicht mal. Alter, ihr abgefuckten, ranzigen Fischfossilien, Alter! Ihr billigen Pissbullen, ihr lächerlichen Wichser, Alter! Boah, du räudig programmiertes Stück Scheiße von Spiel, Alter! Wie zur Hölle, ey! Erst wirst du da weggefistet von dieser Gummiband-Crasher-KI und dann fangen die dich, obwohl du am Fahren bist! Boah, fickt euch quatschig ins Knie, ihr Arschlöcher! Ah, werbeunfreundlich! Fickt euch auch alle ins Knie! Was ist denn das für ein Schwachsinn jetzt hier gewesen? Boah, was für Lutscher, Alter! Geht Schwänze lutschen in der Hölle, ihr Spastgebullen, ey! Boah, das habe ich ja in meinem Leben noch nicht erlebt, so ein Bullshit! Dieser Typ sagt, er würde uns alle retten! Ich fick euch alle in den Arsch! Verpisst euch! Verdammt, Geilo! Was ist los mit dir? Geht weg! Weg, hab ich gesagt! Die blöde Spiegel, die blöde Pfutscher, verpisst euch hier, fickt euch! Genau da gehört ihr hin. Alter, sowas Bescheuertes jetzt aber mal, ne? Boah! Höhö, 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 jaaa, höhöö, höhö, höhö, Computerspeed! Lass ihn uns jetzt wegramm! Bam, 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 um, um, um... Oh, wow. Kamikaze-Attacke. Ich fahre. Oh, jetzt fährt er rückwärts. Egal, jetzt sagen wir einfach mal, er wurde erwischt. Ja. No. Die sind beim Fahren aus dem Fenster in mein Auto gesprungen und haben mich festgenommen. Boah, ich weiß nicht, es gibt keine normalen Bullen, wie man das in Moss Wanted hatte. Nur diese geskripteten Scheiß-Rennen, wo die Polizei dann auf einer bestimmten Strecke dich nur verfolgt. Und dann passiert so ein Unsinn. So ein Unsinn. Ah, weißt du, fickt euch. Fickt euch einfach. Ah, ihr behinderten Bullen, ihr blöden scheißprogrammierten Pissflinden. Seid scheiße seid ihr da hinten. Einfach nur scheiße. Müll-Rage. Weißt du. Läscherlich. 2017 schreiben wir. 2017, nicht 1999 oder sonst irgendwas. Schreibt euch das weiter in die Ohren, ihr Entwickler. Mann, wie. Bin ich böse auf euch, aber. Das war jetzt. Boah. Verpiss euch. Weg. Los, weg. Hau ab. Verpiss dich. Dann fahr rechts ran. Habt ihr nichts verloren. Autosun hat was schneller als ihr. Und ihr haltet mit. Schwer. Diese Speedkartenkacke hat keinen Sinn hier. Die sind so schnell, wie sie wollen hier, die Bots. Äh. Also sowas, den kloppt es, ey. Degenerierte Scheißpolizei, Alter. Boah. Verpisst euch, ey. Geht ranzigen Fisch frittieren, ey. Oder was weiß ich, ey. Nimm, steckt dem Finger in die Nase, popelt und schmiert euch an euren Genitalien ab, ihr behinderten Kackbullen, ey. Boah, nee. Also wirklich. Jetzt reicht es mir aber langsam mit dem Spiel hier, ne. Ey, so eine behinderte Scheiße. Auf so eine lächerliche Art. Wurde ich in keinem einzigen Spiel bis jetzt festgenommen, ey. Wie behindert der einfach nur ist. Erwischt, verdammt. Ja, genau, ey. Wer erwischt. Boah, nee, ey. Blöder Aufwahl. Ja, kein Multiplayer, aber hier in apotierten Bullen, die dich festnehmen, wenn sie gerade lustig sind, oder was? Ich hasse das. Ich hasse Eiseifer. Weil diese Billigkeit hier von 1900, eh irgendwas... Boah, ey. Wie kann man das hinkriegen? 2005 ein perfektes System mit Polizei hinzubollern und sie sind zwölf Jahre später? Kriegen sie das nicht geschissen? Was ist hier los, ey? Haben die einen Fluch auf der 12? Mooswarte 2012, der größte Scheiß aller Zeiten. Mann, bin ich gut. Fünf Jahre später wieder so eine Scheiße. Du bist scheiße, bist du. Du bist nicht gut, du bist scheiße. Du bist genau so scheiße wie die Bullen. Ja, was soll ich mit dieser behinderten Scheiße hier? Brauch ich nicht. Verpiss dich aus meinem Leben, du komische Kackkarte. Boah, wieso krieg ich für den Wagen keine 13er Karten, hä? Muss ich mir wahrscheinlich wieder für eine Million so einen scheiß hässlichen Exot kaufen, oder was? Tuning Shop, neue Angebote, wenn da jetzt keine 13er Karten sind. Halt die Phrase. Mann, ich hab den Jungs doch gesagt, dass du nichts verlernt hast. Den Jungs? Der Gang aus The Burial. Die Sixth Street ist zurück, Mann. Ja, schön für die Sixth Fixed Street, Alter. Die Fixed Street, die kann mich mal kreuzweise, Alter. Die trete ich mit meinem Feed, Alter. Halt die Fresse, schließt mich euch nicht an. Ja, verdammt. Und die Anita macht immer noch ihre krassen Empanadas. Nur, dass wir jetzt ein bisschen später nach Hause kommen als damals. Mann, mit euch zu fahren, weckt alte Erinnerungen. Fühlt sich gut an, hm? Das nächste Rennen ist am Airfield. Sehen wir uns da? Kann ich die Karre echt nicht schneller machen, als sie jetzt schon ist, ey? Fick dich, ey. Das ist ein scheiß Bull, ey. Mann! Schlimmer als Folge 55 oder 50 von GTA. Keine Ahnung, welche Folge genau, oder? Wirklich. Hallo, ich bin ein Polizei, Mann. Ich verfolge dich jetzt. Boom, direkt kaputt. Ja, und danach, ey. Wir sind plötzlich hier im Tunnel. Jetzt crashen wir dich einfach mal sinnlos. Bam. Ups, Alter. Dreh dich. Jetzt nageln wir dich fest. Oh, du fährst ja rückwärts. Ups, ist uns egal. Wir nehmen dich jetzt fest. Uga, uga. Boah. Ich ziehe da eine Sprung des Sals von 120 Meter und gewinne das Rennen. Ja, damit ich mir den Kopf einschlage, meine Karosserie verzogen ist, mein Fahrwerk im Arsch ist. Äh, weißt du was? Hier. Hast du gehört? Ich hab gefurrt. Du bist zurückwäst, Muchacho. Bereit für ein Rennen? Jederzeit. Ja, Mann. Ich sag kalt, gib ihm sechseinhalb. Komm, fahr. Fahrt. Ich hab gesagt, fahrt. Ich hab gesagt, fahrt, damit ich euch crashen kann. Ja. Ja. Ich mach mir Spaß, Leute, aber... Ich muss jetzt ausrasten. Fahr. Slip Street. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Mir geht's nicht gut. Ah. Verpisst euch. Ja, weg mit dir, du Rotzenhase, du. Ah. Ihr seid alle an der bärmische Hafenruhranzöne. Meine Stöhlerne-Faust wird euch wie tausend Stücke zerreißen. Hey, du Pissflinte da hinten. Ja, der Sound kam ein bisschen zu spät, würde ich mal behaupten, ne? Platz 1. Platz 1. Das ist KI-gesteuert. Platz 1 fährt gerade weg. Black Mamba, ja. Genau. Meine Fahrzeugklasse macht nix. Mann, fahr doch durch die Kurve, du Scheißhaufen von bayerischer Mülle, ey. Boah, was ist mit diesem Stück Scheiße da vorne? Warum ist der so schnell, Mann? Das ist so dumm. Jetzt ist der vorne und wird nach vorne gepusht. Du Pissra, verpiss dich von der Straße, Mann. Was ist mit dir, ey? Du Penner! Haha, kennst du etwa? Dein Tod kommt mit Krawatte und Carbon-Haube. Nja, komm her, komm. Wir spielen ein Spiel. Haha. Die Zeit wird knapp. Ich muss nach vorne. Dann fahr ich jetzt halt nach vorne, verlaupt doch mal. Verpiss dich! Lass mich vor jetzt! Nicht dein Herz! Nicht dein Herz! Was? Wildcard! Hä? Ist das dein Ernst? Fick dich, du Nuttensohn! Boah, was soll denn die Scheiße hier? Ich hab verloren und mein Wagen ist Schrott. Deine Mutter ist Schrott! Was für Wagen, Schrott, Alter! Fick deinen Arsch! Ja, Neustart, ey! Schieb's dir doch in den Arsch! Fehle geschlagen! Ah, leck mein Arsch! Ablehn hier! Ach, fick die ins Knie! Jetzt gibt's hier saures! Jetzt ist Krieg! Mann, lade schneller, du Rotzgame, Alter! Da ist nix zu laden! Du Pixel-Gewitter! Halt's Maul! Halt's Maul, Mann! Lass mich fahren, ihr! Mann, willst du los hier? Mach mal Platz hier, du Arschloch! Ich lasse euch jetzt Staub fressen, ihr Pissnelten! Ja, komm doch! Komm, 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 komm! Oh, Wichser! Versucht's ruhig an mir vorbeizukommen! Ich rasiere euch! Ich zieh euch die Pelle von der Felge! Hoia, 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 hoia! Ich hebe ab! Nicht hält mich am Boden! Außer deine Perle! Die geht mit mir fremd, du Arschloch! Also halt dein Maul und fahr, denn du bist nur ein Scheiß-Bot und ich lache über dich, du dumme alte Snitch. Ich nehm mir deine Bitch. So, was ist los hier? Gas geben, yeah! So Leute, jetzt machen wir den Herzen hier wieder normal, ne? Show und Shine, also weiter, Rage Onkel Dissast, das wär egal. Aber, was ist mit diesem Scheiß-Spiel los? Was ist damit los? Was für ein Checkpoint verpasst? Was für ein Checkpoint verpasst? Was? So eine blöde Schlampe da vorne, jetzt reicht's! Hau ab! So eine Folge gab's schon lange nicht mehr, ne? Ja genau, Alter! Mir geht's gut. Ach, geh, halt die Fresse, geh den Hustensaft saufen, Mann! Los, den Weg! Du KI-gesteuerter Bastard da vorne! Oh, tut mir leid, ich wollte dich eigentlich zerstören. Boah, ich hab mir so einen Scheißhaufen hier nicht kaufen sollen, ey. Dann fahr rum! Bist du so schnell, du Nuttenpengel, du blödes Schreiben! Bäh, verpiss dich! Alter, der Wagen driftet einfach nicht! Schade, Schade, verpiss dich! Und die Fresse halten, das musst du halt als allererstes. Boah, ey, wat eine Spacko-Folge, ey! Boah, ich muss den... Ich muss da Driften einstellen hier, richtig. Der Wagen geht mir auf den Sack! Nicht dein Ernst! Nicht dein motherfucking Ernst! Verpiss dich! Nein! Was soll das? Ah! Was ist mit diesem Auto los? Ah! Rade, Rade, Rade! Schön, dass du zurück bist, Muchacho. Bereit für ein Rennen? Jederzeit. So, jetzt wirst du euch von hinten aus zerstören. Ist unmöglich, Alter. Wie kann das sein? Diese behinderte Einstellung hier, ne? Verpiss dich! Wofür tunet man sein Auto komplett aus? Auf, Alter! Wofür? Der Erste ist so eingestellt, dass er wieder sauschnell ist, einfach. Obwohl da Tiere noch nicht mal... Was ist das, 260 oder so? Hat jemanden auch nicht mal ... Was ist das, 500 oder so? Der Erste ist so eingestellt, ja. Ich bin ein Rennen. Ich gebe dir ein Rennen. Ich bin ein Rennen. Oh, nein! Ich bin ein Rennen. Okay, ich bin ein Rennen. Ich bin ein Rennen. Komm schon, du Bastard! Nur ein Fehler! Ghost! Ausgleich unter einer, der so heißt, weißt du? Genau meine Worte. Das ist das Kack-Auto. So, ihr Pindecken, Alter. Boah, muss man sich hier erst wieder beruhigen, oder was? Was ist mit diesem scheiß Auto los? Ja, steckst du dir quer in den Arsch. Brauch ich nicht, Alter. Boah! Bullshit, einfach. Bullshit, diese scheiß Speedkartenpisse hier. Guckst du doch behindert da, du Penne! Wieso hängst du schon wieder in diesem zwielichtigen Mist drin? Du hast keine Ahnung, wie kurz das Haus davor stand, uns alles zu nehmen. Ich war im Knast, Mann, im Knast. Sogar die Kopf gehören ihnen. Das macht uns keine Angst. Ich kenne dich, Mann. Du brauchst nur einen Vorwand, um auszusteigen. Ich gebe dir einen. Früher vielleicht, aber nicht diesmal. Das sagst du ständig. Und trotzdem scheinst du ziemlich gerne mit uns zu fahren. Dachte ich mir. Das nächste Rennen ist am Dänen. Wir sehen uns klar. Wie soll ich dieses Auto... Ich hätte beim Buick bleiben sollen. Da hätte ich mir alles sparen können hier. Oh, Mann, Leute. Wahrscheinlich gibt es für den wirklich keine 13er-Karten. Auto mir sonst gekauft. Kann man nicht mehr verwenden, sobald alles über 2,99 ist oder was. Zeig mir jetzt den Radar, Mann. Immer diese 1000 Jahre warten hier. Meine Fresse, du Jörg. Etwas, du. Speedtrap, bla bla bla. Horizon, du liebst da. Krieg ich die Karre nicht ordentlich rumgerissen? 260 jetzt, ne? Ja, mach hin, Mann. Ich habe deine Crew besiegt. Das heißt, ich fahre gegen dich. Mano a Mano. Was willst du? Ein Rennen oder Quatschen? Ja, dann mal los. Verpiss dich. Angst vor Rennplan? Dann fahr rechts ran. Wenn du ruhig bist, geht das schon besser. Ich habe es nicht so gut gemacht. Ich habe es nicht so gut gemacht. Halt's Maul. Halt die Fresse, hab ich dir gesagt. 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 Okay. Halt die Fresse. Boah, was war hier wieder los, ey? Aua! Da war gar nichts heftig, du Stück Kot, ey. Ah, fick den Baum, Alter. Los jetzt, du und ich. Ja, frag ich mich auch gerade, was ist da gerade passiert? Meine Fresse. Boah, warum hab ich dieses Auto gekauft? Es bringt mir anscheinend gar nichts mehr. Ich krieg keine besseren Teile, leck mich am Arsch. Boah, ich werd den jetzt so in die Fresse treten, die Typen. Oh. Ja, neuer Angebot im Tuning-Shop. Oh, hast du Angst? Kann der große, böse Gajo es nicht mit dem kleinen Tyler Morgen aufnehmen? Ach, halt die Fratze, Tyler. Tyler, morgen... Du Kothaufen. Polizei. Ich weiß, was du vorhast, Mann, aber das Haus hat alles im Griff. Der Outlaws-Rush ist nur noch Show. Dann sollen sie ihre Show kriegen. Silverrock gehört nicht dem Haus, es gehört uns. Du glaubst das wirklich, oder? Darauf kannst du Gift nehmen. Du unterschreibst dein Todesvorteil, Erbadito. Okay, das Rennen geht klar, aber wir nehmen die Aussichtsroute, damit du schöne Erinnerungen hast, wenn du im Knast verrottest. Ja, auf die Fresse kriegst du jetzt. Ah, hast du deine Erinnerungen dann. Rammel, keine Ahnung. Leck mich. Geio, genau wie früher, hm? Da fängt man fast an, die alten Zeiten zu vermissen, was? Mann, was wir alles abgezogen haben. Gott, waren wir drauf. Los geht's! Ey, willst du mich trollen? Du wolltest... Das Spiel verarscht mich! Komm her, du Pissnelke! Mann ey! Oh, wie er von mir her geschoben wird! Komm! Ich will mit dir spielen! Mit dem komischen Föhn da, ey! Wie hört sich das Auto an, ey? Komm, komm! Lass uns spielen! Jo! Gibt es jemand noch mit euch unterwegs? Na klar, wieso? Ja, haha, ich habe nur daran gedacht, wie sie mich damals aufgenockt hat. Weißt du das noch? Na klar, weil du versucht hast, sie anzumachen! Genau da sind wir! Guck mal, guck mal! Guck mal, guck mal! Guck mal! Guck mal! Okay, okay! Schon kapiert! Ha! Du nimmst die Kurven also immer noch zu hart! Weißt du doch, wie du damals den Kamau deines Dads in the Burial geschrottet hast? Haha! Du hast die Schuld dafür auf mich genommen! Ich war der Einzige, der mit sowas durchkommen konnte! Alter, die KI ist so dumm, ne? Wieder jetzt vom... Gewöhn dich gar nicht erst an die Führung! Wichtig krieg ich, Alter! Wichtig krieg ich, Alter! He he! Bist du noch da? Ja, bin ich, du Schwätzer! Dereich! Naja, das ist ein wenig! Naja, das ist ein wenig! Naja, dieses ist kein Wider. Wer ist er öppet? Ich bin ein wenig! Wann? Wann? Saya jemals auf! Wann? Ich muss das Ding gewinnen. Piss dich. Blöder Penner. Oh, scheiße, diese KI. Guck ihn dir an, wie er ihn... Ah! Abwarten! Der Wagen kann das einfach nicht sehen. Das wird nichts mit dem Ding. Alter, wieso kommt der denn nicht durch die Kurven? Boah, du Schrotthaufen, ey. Bah, nee, ey. Ich bin Erster und Zweiter, genau wie früher, Mann. Das ist so eine Scheiße, mit der dem die Karre ist so Mist, ey. Du wirst mich nie schlagen, Garo. Toll, schön. Back dir ein Eis, du Pissviech, Alter. Krieg ich nicht über 300, diese Pisskarre hier, oder was? Die Bs sind Schrott in dem Spiel, echt. Schande. Jetzt werde ich mit dem ganzen Schrott hier, ey. Pff, verdammt, Mann. So ein Rennen hatte ich schon lange nicht mehr. Gib schon zu, du denkst, ich kann es schaffen. Richtig? Wenn du die Sache durchziehen willst, dann brauche ich, dann brauchen wir dich in Höchstform. Du forderst mich immer wieder. Manche Leute bauen auf dich, Tyler. Sie glauben, du wirst uns diese Stadt zurückholen. Bist du manche Leute? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Bis dann, Lil Tal. Wow. Tyler. Morgan. Ich muss mich entschuldigen. Ach ja? Ich habe ein paar Dinge für das Haus erledigt. Es war ein Fehler. Ich... LaCatrina, du solltest es besser wissen. Ich weiß. Aber ich mache es wieder gut. Ich schwöre es dir. Wenn es so weit ist, stehe ich hinter dir morgen. Versprochen. Schön für ihn. Glaubst du, du packst mich? Schon wieder so ein Silbertyp. Was ist denn das für eine Scheiße, ey? Dass ich die Karre noch nicht über 299 teilen kann. Kann nicht sein, dass das nicht bei dem Wagen geht hier. Du schlägst mich nicht. Nicht heute. Klar, wie selten. Das sind 170. 170. Gegen 300. Das ist... lächerlich. Das ist der Multiplacer genauso dämlich, ey. Boah, diese Folge, ne? Geht in die Geschichte, ne? Was wieder ultimativ was für RTL, damit die wieder dumme Scheiße labern können. Slipstream ist unser gerissenster Fahrer. Stell dich gleich darauf ein, dass er dir das Leben zur Hölle machen darf. Ich könnte gerade explodieren, irgendwie. Das Spiel hat mir jetzt schon wieder den Rest gegeben für heute. Ich glaube, das wird nichts mehr hier. Die Session ist beendet gleich. Was ein Mühl, ey. Was ein Mühl. Oh, Leute. Warum kann ich die Karre nicht weiter pimpen? Ich geh mal gucken, ob ich mein Bio-Ekel nicht tun kann. Tsch, 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 tsch. Der BMW ist... Nee. Nee, ist ein geil. Ist schönes Auto, alles dies und das, ne? Wirklich geil, aber... Der kommt einfach nicht richtig durch die Kurve, der war... Dagegen ist der Buick, äh, eine Offenbarung. Wenn ich da noch die letzten Teile einbaue... Dann ist der Besser, der war ganz einfach. Auch wenn ich ihn wahrscheinlich gar nicht mehr brauche. Weil ich hier anscheinend dazu gezwungen werde, mir irgendeinen Exotenmühl zu kaufen. Irgendwas höher, höherklassiges. Nö, 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 nö. Aber hier krieg ich wahrscheinlich auch noch kein 12-Watt-Schrottteile, wenn überhaupt. Kopf. Was daran liegt, dass er die Strecken im Norden beherrscht hat. Wo genau? Silver Canyon. Unser Freund Ty hat dort Gaio und die Silver Six besiegt. Und ist dem Outlaws Rush wieder einen Schritt näher gekommen. Außerdem heißt es, Tyler und Gaio würden sich aus The Burial kennen. Und ihr kleines Wiedersehen hätte bei Gaio einen Sinneswandel bewirkt. Wer weiß? Vielleicht hat Tyler jetzt einen neuen Verbündeten gegen das Haus. Die Straßen sagen, gut gemacht, Lil Tai. Oh Mann. Nein. Warum? Lil Tai? Lil Tai? Wow, Tai. Daran werde ich dich ewig erinnern. So ein Mist. Lil Arsch mit Ohren, ey. Ja toll, dann ist der jetzt auch 2,99. Und ich kann die nicht mehr weiter tunen. Die Racer, Alter, wollen die mich verarschen? Warum nicht? Ich habe keinen Bock auf einen Porsche oder so einen Scheiß, ey. Naja, ich muss auf jeden Fall diesen Schwachsinn-Piss hier noch machen. Runner. Diese Folge wurde ihm präsentiert von Rage GmbH. Oh, dieses Spiel. Aber warum mache ich das überhaupt, ey. Warum? Bis zur nächsten Folge euer Rage GmbH. Auf Wiedersehen. 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 Auf Wiedersehen.